Reden wir wieder mal über die originalen Marvel Star Wars Comics. Erst einmal kurz zur Auffrischung. Normalerweise mache ich die Reviews zu Comics folgendermaßen. Ich revieue jeweils eine Story-Arc, das heißt die Einzelausgaben, sagen wir mal 20, 21 und 22, ergeben zusammen eine dreiteilige Story-Arc, dann revieue ich alle drei Einzelausgaben einfach zusammen. Es ist ja eine zusammenhängende Geschichte. Das kann ich bei den originalen Marvel Comics nicht wirklich machen, denn so wurden sie nicht aufgeteilt. Deswegen gehe ich Ausgabe für Ausgabe durch. Und heute möchte ich über Ausgabe Nummer 11 reden. Und damit die Story Sinn ergibt, muss ich kurz wieder zusammenfassen, was in den vorigen Ausgaben passiert ist. Ausgabe 1 bis 6 waren einfach nur eine neue Hoffnung, eine Umsetzung des Films im Comic-Format. Die Ausgaben 7 bis 10 beschäftigten sich mit Han Solo's Abenteuern nach Episode 4. Und im Grunde war das einfach nur eine Star-Wars-Version von die glorreichen 7. Han Solo hat seine Bezahlung, weil er den Rebellen geholfen hat, verloren an den Piraten Crimson Jack. Deswegen reiste er zur Welt Aduber 3 und wurde dort von den lokalen Leuten angeheuert, gegen eine Swoop-Biker-Bande vorzugehen. Dafür hat er sich ein Team zusammengestellt, darunter auch den berühmt-berüchtigten Jackson, den grünen Hasen, den wir jetzt übrigens auch nicht mehr sehen. Der ist raus aus der Story. Er war nur in dieser ersten Story-Arc quasi. Und diese paar Ausgaben waren wirklich auf Han Solo und seine Story fokussiert. Aber im Hintergrund gab es eine kleine Nebenhandlung, dass Luke Skywalker losgezogen ist, um eine neue Basis für die Rebellen zu finden. Aber sie haben seit einer Weile nichts mehr von ihm gehört und Leia macht sich Sorgen. Und deswegen will sie sich selbst auf die Suche nach Luke machen. Und das ist jetzt die Haupt-Storyline für die nächsten paar Ausgaben. Also, ich sage zwar, die Marvel Comics haben keine richtigen Story-Arcs und offiziell betrachtet haben sie das auch nicht. Aber man kann einige Ausgaben quasi zusammenwürfeln und sagen, die hängen deutlich zusammen. Es erzählt eine Story über mehrere Ausgaben verteilt. Und in diesem Fall verlassen wir jetzt die glorreichen Sieben-Storyline mit Han Solo und sind auf der Suche nach Luke Skywalker im Drexel-System. Und die Story beginnt auch direkt. Han Solo verlässt gerade Aduba 3 mit Chewbacca im Millennium-Falken. Sie werden erneut von Crimson Jack, dem Piraten, mit seinem eigenen Sternzerstörer gefangen genommen. Und Leia befindet sich auch gefangen an Bord. Crimson Jack hat auch sie gefangen genommen. An Bord kommt es dann natürlich zu einigen Problemen zwischen Han und dem Piraten. Und schließlich kann Han, Crimson Jack davon überzeugen, ins Drexel-System zu reisen. Weil er behauptet, dort befindet sich ein Schatz der Rebellen, ein Vermögen. Und das will sich der Pirat nicht entgehen lassen. Leia und Han selbst wollen natürlich ins Drexel-System, weil dort Luke Skywalker spurlos verschwunden ist, als er einen Planeten erkundet hat. Und dann wechseln wir auch die Perspektive zu Luke. Luke, dieser kämpft auf der Wasserwelt, Drexel, gegen ein Schlangenmonster. Es sieht aus wie diese Kreaturen aus dem Star Wars Holiday Special, dem Boba Fett Cartoon. Luke und die beiden Droiden, R2-D2 und C3PO, kämpfen kurz gegen so ein Drachenmonster, aber haben keine Chance und müssen ihre Haut einfach in Sicherheit bringen. Aber da erscheint plötzlich eine mysteriöse Gestalt, welche auf einem dieser Wasser-Drachen-Dinger reitet. Und da hört es ganz spannend auf. Insgesamt bleibt nicht viel zu sagen. Es ist der Beginn dieser neuen Story-Arc, was da mit Luke jetzt passiert. Es ist ein nettes kleines Abenteuer. Ich finde es schön, wie hier Elemente aus früheren Ausgaben wieder mit einbezogen werden. Crimson Jack zum Beispiel, der auch in den nächsten paar Ausgaben eine Rolle spielen wird. Und der Zeichenstil gefällt mir insgesamt. Klar, er ist nicht gerade, ich nenne es mal modern, aber er hat seinen Charme. Also insgesamt auf Sternensuche eine sehr unterhaltsame Ausgabe. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit Nummer 12, Welt des Unheils.